Die Wahrnehmung ist die, die das, was sie wahrnimmt, für wahr nimmt, da sie sich selbst nicht als etwas Erfahrbares wahrnehmen kann, so wie der Sehende sich selbst nicht sehen kann, außer nicht mehr als einer Reflexion von sich selbst, ein Organ, durch das das Sehen geschieht. Doch das, was sieht, kann sich selbst nie sehen. Wieso ist das so? Darum! Schalommi bimibommi!